Ich möchte mich bei Ihnen für Ihr Interesse an dieser Ausstellung recht herzlich bedanken. Mein besonderer Dank, den Zellenmalerfreunden und ganz besonders dir, liebe Renate. Denn du hast mit Rat und hauptsächlich mit Tat mir zur Seite gestanden und die Ausstellung ist eigentlich erst durch dich so gut geworden, wie wir hoffen, dass sie geworden ist. Herrn Dr. Knackmus möchte ich auch ganz herzlich bedanken für die Vorbereitung und für die Pressearbeit. Margitta und Jörg, vielen Dank für die Vorbereitung und ein Dankeschön an Herrn Ermisch für die musikalische Umrahmung der Ausstellung. Und ich möchte Sie bitten, jetzt die Kraft der Bilder auf sich woken zu lassen und wünsche Ihnen ein schönes Pfingstfest und danke Ihnen nochmal recht herzlich.